Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Die letzte Woche war sehr aufregend und ich erzähle euch jetzt davon. Währenddessen mache ich mich ein bisschen fertig für den Tag, aber nur ein bisschen, weil so viel haben wir heute nicht vor. Die letzte Woche ist endlich etwas passiert, was schon seit Monaten in Planung ist und worauf ich mich schon seit Monaten freue und nicht mit euch darüber sprechen konnte, weil ihr es nicht erfahren durftet, weil meine Mutter es nicht erfahren durfte und sie meine Videos guckt. Meine Mutter hatte Geburtstag und wir haben die ultimative Geburtstagsüberraschung für sie geplant. Wenn ihr mir schon länger folgt, also vielleicht wisst ihr es, dass meine Schwester in Amerika lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern. Und für die, die gar nichts darüber wissen, hier eine ganz kurze Kurzfassung. Wir sind nach Amerika gezogen, 2004 meine ich. Ich war da sechs und Papa wurde quasi bei der Arbeit gefragt, möchtest du nach Amerika für eine Zeit vielleicht dort arbeiten? Und er so, ja, und dann sind wir halt nach Amerika gezogen. Meine Schwester hat dann da auch in der Zeit ihr Studium angefangen. Wir haben drei Jahre da gelebt. Danach konnten wir leider nicht dort bleiben, weil wir keine Green Card bekommen konnten. Und deshalb mussten wir zurück nach Deutschland ziehen. Und meine Schwester hatte aber schon ihr Studium begonnen und es wäre ihr nicht anerkannt worden in Deutschland. Also sie hätte quasi alles umsonst gemacht, das ganze Geld umsonst. Ein Studium in Amerika ist ja auch übelst teuer. Und sie hätte quasi komplett von vorne anfangen müssen in Deutschland. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt 18, als wir zurückgezogen sind. Und sie ist dann dort geblieben, hat ihr Studium beendet. Und der Plan war quasi, dass sie ihr Studium beendet und dann zurück nach Deutschland kommt mit uns. Also der zurück zu uns dazustößt. Dann hat sie aber jemanden kennengelernt in der Zeit, als sie dort alleine gelebt hat. Und ja, hat dann geheiratet und jetzt hat sie Kinder und lebt in Amerika. Das ist die Kurzfassung. Und wir sind schon recht privilegiert, dass wir uns trotzdem noch verhältnismäßig, regelmäßig sehen können. Also ich sehe meine Schwester durchschnittlich so ein bis zwei Mal im Jahr. Aber zum Beispiel in der Corona-Zeit gab es ja extreme Reisebeschränkungen. Und da habe ich sie und die ganze Familie dort halt zweieinhalb Jahre lang nicht gesehen. Keine so besonders schöne Zeit. Vor allem für meine Eltern, nachdem die Beschränkungen dann aufgehoben wurden, sind wir auch schon mal da gewesen und so. Also wir haben uns schon mal wieder gesehen seitdem. Aber trotz dessen sehen wir uns halt nicht besonders häufig. Und eine Sache, die wir als Familie so quasi gar nicht kennen in dem Sinne, ist wirklich so als Familie. Also sprich meine Eltern und ich und meine Schwester und so. Im besten Fall dann natürlich noch ihre Kinder und ihren Mann und alle. Aber dass wir zusammen wirklich so Feiertage oder Geburtstage oder sowas feiern können, weil es einfach selten passt, dass wir wirklich zu einem Geburtstag irgendwie zusammenkommen können. Und daher habe ich überlegt, wir sollten meine Mutter überraschen und meine Schwester einfliegen an ihrem Geburtstag. Das haben wir dann geplant, monatelang geplant. Wir konnten die ganze Zeit alle nichts sagen. Alle waren eingeweiht, außer meine Mutter. Und meine Mutter ist nicht doof, ne? Also wir hatten wirklich das Gefühl, es könnte jederzeit sein, dass sie uns auf die Schliche kommt. So wir hatten bis zum Schluss keine Ahnung, ob sie irgendwas weiß, ob sie irgendwas ahnt. Aber die Reaktion hat uns gezeigt, dass sie definitiv keine Ahnung hat. Ich habe an dem Tag ein bisschen mitgevloggt. Ich hatte leider nicht so viel Zeit zu vloggen. Ich habe auch ein bisschen was für TikTok mitgefilmt. Also könnt ihr auch gerne dort nochmal vorbeischauen, falls es euch genauer interessiert. Ich habe meine Schwester morgens vom Flughafen abgeholt. Wir sind hergefahren, haben wir alles fertig gemacht. Meine Eltern sind dann zum Kaffeetrinken hergekommen. Also ich habe die quasi eingeladen und habe gesagt, ich mache alles. Du musst nichts machen, Mama. Komm einfach zum Kaffeetrinken her. Wir gehen dann abends sowas essen und so. Das war ihr Stand. Und dann habe ich halt meine Schwester abgeholt. Wir haben hier alles vorbereitet, uns fertig gemacht. Ich lasse es einfach mal für euch laufen. So, hier haben wir die Inspos. So. So. Mal gucken, wie es wird. So, warte. Das hier habe ich noch ein Jahr rausgesucht. Also Cracker, die würde ich zum Beispiel so ein bisschen S-förmig, so durch die Mitte irgendwie so. So ein bisschen so. Die hier vielleicht hier hin, damit die zwei Cracker-Sorten nicht nebeneinander sind oder ne? Ja, die ist schon super aus. Ja, ne? Sieht immer so aufwendig aus. Aber eigentlich, wenn man einfach alles so ein bisschen so amorten ist, ist eigentlich immer schön... Ich glaube, wir haben eigentlich alles gefüllt, was zu füllen wird. Das kürzt du so dazu, weil du siehst auch auf beiden Händen ein. Genau, das würde ich auch sagen. Heute sieht das nicht toll aus. Ich bin so happy. Guck mal, was Nils macht. Er fällt das hier so. Ey, das sieht voll geil aus. Hast du den Tutorial angeguckt? Ja, ich habe schon ein Tutorial. Wie süß, wir haben nämlich nicht so viel Tischdeko. Das ist schön aus. Wir haben uns dann überlegt, dass meine Schwester sich im Schlafzimmer erst mal versteckt, meine Eltern erst mal reinkommen, sich hinsetzen und wir dann nur so kurz quatschen und mehr oder weniger direkt die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen anzünden und sie die auspustet und meine Schwester quasi danach, ich habe dann so gemacht, so das Zeichen und sie dann danach rauskommt und sie überrascht. Und das, ich habe mit dem Handy gefilmt, aber auch eigentlich extra einen Clip mit der Kamera gemacht. Leider hat meine Kamera einfach die Pflanze fokussiert. Aber ich blende euch einfach beide Clips so zusammen ein, dann könnt ihr es gut erkennen. Und das hier war ihre Reaktion auf die Überraschung. Happy Birthday to you. Ciao, 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 ciao. Auf, Pupi. Sehr schön. Ciao, ciao, ciao. Du bist ja nicht da! Nein, Mann! Nein, ich titte an Larsen, wie ich jetzt will ich mal filmen! Happy New Year! Oh Gott! Bist du heute angekommen? Ja! Ich habe sie abgeholt vorhin. Also wir sehen können, es war eine absolut geglückte Überraschung. Sie hätte wirklich keine Ahnung. Sie war extrem schockiert. Sie hatte gar keinen Plan, was abgeht. Meine Schwester ist dann auch für knapp über eine Woche hier geblieben. Also es war nicht nur, dass sie für ihren Geburtstag da ist, sondern dann auch noch eine ganze Woche mit uns verbracht hat. Wir konnten ganz viel Family Time zusammen haben. Das ist ja für uns auch enorm selten, weil meine Schwester halt eben schon recht früh Kinder bekommen hat und dadurch natürlich auch immer irgendwie Kinder im Spiel sind. Und wir lieben ihre Kinder. Absolut keine Frage. Aber so als Familie auch nochmal so ein bisschen so richtig Quality Time zu haben, ohne Kinder und so. Das gab es quasi bei uns in den letzten 15 Jahren. Das kannst du an einer Hand abzählen, wie oft wir das hatten. Und deshalb war es halt extra besonders für uns. Und wir haben uns alle mega gefreut. Ich hatte auch extreme Vorfreude, auch endlich mal wieder ein bisschen Zeit mit meiner Schwester verbringen zu können. und habe eigentlich die ganze Woche hauptsächlich genossen, versucht so wenig wie möglich zu arbeiten, so viel wie möglich vorzuarbeiten. Deshalb gab es auch einmal kein Video, weil ich es einfach nicht geschafft habe, noch mehr vorzuproduzieren vorher, weil ich die seltene Gelegenheit nutzen wollte, um so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Aber ich wollte euch trotzdem nochmal so ein bisschen an dem Tag im Nachhinein so teilhaben lassen, weil erstmal mein Shakuri Board, können wir mal kurz darüber reden, wie geil das aussah. Das war mein erster Versuch und ich war richtig hyped. Es hat richtig Spaß gemacht. Meine Mutter ist so gar nicht gerne unbedingt süß, sie ist eher so der herzhafte Typ, deshalb dachte ich mir, okay, ich mache einen Kuchen so für insgesamt alles, aber weil es ihr Geburtstag ist, soll es hauptsächliche Ding dieses Board werden. Aber nicht nur der Geburtstag an sich war ein voller Erfolg. Wir haben auch eine wunderschöne Woche zusammen verbracht und es war richtig schön und ich wollte euch da trotzdem nochmal so dran teilhaben lassen in einem kleinen Vlog. Ich vlogge jetzt noch heute weiter und so, ne? Aber ich wollte euch das trotzdem mal einblenden, falls ihr kein Instagram oder TikTok habt. Jetzt ist das Schöße wieder zu Hause und ich finde langsam wieder den Alltag zurück. Es ist so ein bisschen gewesen, als hätten wir Urlaub gemacht, obwohl wir hier zu Hause waren. Aber jetzt geht der Alltag wieder los, gerade ist noch Wochenende, deshalb ist es noch ein bisschen entspannter. Es war auf jeden Fall allesamt eine sehr gelungene Überraschung und wir sind so happy, dass es so gut geklappt hat und dass die Woche so schön war. Ich liebe Überraschungen, vor allem gelungene Überraschungen. Ich habe inzwischen seit mehr Sachen gefilmt und auch noch ein bisschen gelesen. Ich habe nämlich mein Kindle ganz neu gerade und ich habe probemäßig Kindle und Limitle dazu bekommen. Jetzt bin ich voll so, oh mein Gott, ich muss alles Mögliche lesen. Ich bin so voll im Lesefilm gerade. Aber kurze Pause von dem einen, um Abendessen zu machen. Nils hat sich Pizza, also Blechpizza gewünscht, kommt heute recht spät nach Hause. Deshalb mache ich das jetzt einfach schon mal fertig. Und das ist die fertige Pizza. Ich habe was zu trinken, meine Pizza, mein Kindle und ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Ich bin süchtig, was soll ich sagen? Ich habe gerade so innocently diese Kamera aufgestellt, um kurz einen Clip von mir beim Lesen zu machen. Und mein Buch hat gerade auf einmal so einen unerwarteten Plot-Twist gehabt. Ich muss kurz weiterlesen. Was geht hier ab? Nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein, oder? Update des Buches vorbei und der Cliffhanger war crazy. Ich muss allerdings erstmal kurz klarkommen, weil es war tatsächlich ein Dark Romance-Buch. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mich so ein bisschen an allen möglichen Genres versuchen möchte. Einfach um zu sehen, was mir gefällt, was nicht, wie auch immer. Ich bin so ein bisschen leicht in Dark Romance rein und auf einmal war ich auf Dark Romance-TikTok, wo alle nur über Haunting Adeline und so reden. Und ich war so, was ist das? Jetzt habe ich das schon so oft gehört, dass ich jetzt entschieden habe, ich muss das vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist oder ob es zu krass für mich ist. Aber ganz viele haben gesagt, man soll vorher Satan's Affair lesen. Das ist ein recht kurzes Buch und es spielt quasi vor Haunting Adeline. Es hilft so ein bisschen in den Vibe reinzukommen und dann besser einsteigen zu können in Haunting Adeline. Deshalb habe ich das gelesen, aber es war ganz schön heftig. Jetzt steht wohl Haunting Adeline an und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich mich dabei fühlen werde, weil ich glaube, es ist schon nicht ohne das Buch von dem, was ich so gehört habe. So, ich komme erst noch kurz klar und schmink mich währenddessen ab. Für uns übrigens momentan teste ich dieses Abschminköl hier von Benefit aus. Die haben so eine neue Hauptflägerei irgendwie rausgebracht. Und wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, ich mag das von Balea, aber ich finde, man braucht richtig viel davon. Also es ist irgendwie nicht so ergiebig. Das hier ist irgendwie so flüssiger. Also es ist irgendwie insgesamt so flüssiger. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie viel mehr hinkomme mit dem Öl. Also bisher komme ich ganz gut damit zurecht, muss ich sagen. Aber es hat einen recht starken Duft so. Muss man mögen. Noch ein bisschen Cleanser geworden. Gänse Reste rauskriegen. Eine Sache, die ich kürzlich noch angefangen habe, ist Vitamin C Serum in meine Hautpfleger zu integrieren. Weil ich gelesen hatte, dass das gut sein soll, so gegen Pickel male und sowas. Und ich hatte ja hier einige Probleme mit meinem Ausbruch. Und man finde ich, man sieht langsam, oder, dass es weniger auffällig ist. Also insgesamt alles. Ich kann es noch nicht so hundertprozentig sagen, weil ich es noch nicht lange genug teste. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es hilft. Ich glaube, ich fange jetzt doch noch das nächste Buch an. Ja, ich habe gestern Abend noch Haunting Adeline angefangen. Und nein, ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich weiß, worauf ich mich einlasse. Aber bei sowas immer ganz wichtig, Trigger und Content Warnings lesen. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Ich würde mich auf jeden Fall, wie immer, riesig bei Daumen nach oben für dieses Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auch gerne Kommentare. Können wir da ein bisschen quatschen. Und schaut auch gerne bei Instagram und TikTok vorbei für weitere Daily Content. Bei TikTok gab es auch noch ein bisschen mehr Content zu der ganzen Überraschung. Oder auch so einen kurzen Vlog von dem Tag, den ich gefilmt habe mit meiner Schwester. Also schaut dort gerne vorbei, falls euch das interessiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.